Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft, zu einem neuen Freitags-Update. Leider immer noch natürlich mit dem alten Pack, da ich jetzt immer noch mit dem abgespeckten Minecraft hier unterwegs bin. Und dann porten wir uns direkt mal zum ersten Kandidaten, denn wir hatten letztes Mal ja die Reihe 2 durch und machen uns jetzt dann zu Reihe 3. Okay, minus 4, 2, 1, 0. Das ist eine ganz schöne Entfernung. Moment, ähm, 63. Sicher, dass da jemand wohnt? Was zum... Ähm, ja. Da wohnt überhaupt niemand. Da müssen wir nochmal mit der Cupcake reden. Gehen wir mal direkt zum nächsten. Äh, 287, 63, 503. So. Keine Werbung. Hier wohnen Toffeli und Schweineli. Huch. Ah. So. Jetzt habe ich rein. Sicherheitskammer. Sollte jeder haben. Sehr gut. Aha, aha. Sehr viele Hunde und... Ah, hier sind Druckblatt. Ich bin schon gewundert, was zum... Schlafzimmer. Meine Güte, dass ihr bei diesem Lärm nicht schlafen könnt. Und anscheinend gehört das hier außenrum alles auch noch mit dazu. Mhm, 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 mhm. Nicht schlecht, aber ich würde bei den ganzen Tieren nicht schlafen können. So. Ich hoffe, ich habe alles gezeigt von der Sache. Ähm, Alpha-Lama. Das sagt mir auf jeden Fall was. War das nicht dieses eine Haus auf dem Berg? Minus 88, 89, 399. Ja. Ich habe mich nicht vertan. Das ist nämlich voll schön. Das ist so ein kleines... Wie so ein Wikingerhaus. Das finde ich richtig cool gemacht. Also, GZ. Das sieht richtig geil aus. Ähm... Wo geht es denn noch ein da drüben? Hinten noch eine schöne Sitzfläche. Ja, das ist voll schön. Aber total. Uuuh. Übrigens muss ich gucken, wie ich das heute dann mache wegen dem Stream. Da der ja deutlich mehr Leistung frisst. Und ich bin nicht sicher, ob ich das mit dem alten Rechner noch so hinbekomme. Der hat nämlich auch schon ein bisschen gelitten. Ich versuche es alles hinzubekommen. Aber garantieren kann ich noch für gar nichts. So, Wammgel TP. Minus 25, 67, 88. Ah, wir sind hier. Das habe ich schon beim Vorbeifliegen gesehen. Diese riesige Burg mit jeder Menge Tieren. Also, oh mein Gott. Und wenn ich mich nicht ganz vertue, dann war da unter der Erde auch noch die Mega Farm an Weizen und alles. Moment. Ach, ich kann. Warum geht denn gerade meine Runtertaste nicht? Was? Ja, wie auch immer. Ich glaube, das war hier alles unterirdisch dann noch. Wieso kann ich denn gerade nicht? Was? Aber, 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 warum kann ich nicht nach unten gehen? Sneak? Ähm. So, dann. Ah. Oh mein Gott, ja. Das war hier. Total krass. Oh mein Gott. So, und nochmal zurück. Zurück. Und da. Dann zur Ariana Grande. Ähm. 27. Nochmal. 67. 435. Das ist immer so eine ganz gute Zahl. Ja, war uns aber ein bisschen zu hoch. Ja, ja, ja. Hübsch, hübsch. Wo sind wir hier? Oh, ein richtig schöner Pool außen. Und ein Dachboden. Yay, mit magischer Rüstung. Und sie schläft auf dem Dachboden. Okay. Flauschis kleiner Hof. Bitte alles zeigen. Und dann hoffe ich mal, dass ich nichts übersehe. Aber ich will immer alles zeigen. Also, müsst ihr ja gar nicht dazu schreiben. Ich gehe nie mit der Motivation hin, dass ich irgendwas übersehe. Hier geht's nach oben. Das Bild ist geil. So, das ist in meinem Textaffekt. Sieht das so echt aus. Hier. Hier vergruße ich aus meine Sachen hier, die ich hier habe. So, dann denke ich mal, zum kleinen Hof gehört auch noch das hier. Und, oh, ich sehe schon, sie hat ein Auto. Aber wie soll das denn da rauskommen? Da musst du wirklich nochmal dran arbeiten. Das überfährt ja dein anderes Pferd einfach. Und hier noch eine wunderschöne Dachterrasse. So, und zurück. Dann Phönix. Minus 114. 72. Wir müssen sowieso mal schauen. Also, wenn das Event bis dahin schon fertig ist, dann machen wir ein richtig cooles Event. Ansonsten machen wir eben drei Stunden Minispiele. Maya, du schuldest mir noch zwei Gold für Pferde, Phönix. Ah, hier. Dein Nachbar quasi. Ah, die Elena. Und sie hat einen Golem, der sich gerade bewässert hat. Vorsicht, Hunde und Katzen. Fabian, die Nummer 7. Ah, das ist in meinem Bereich hier irgendwo. Was macht denn hier so komische Geräusche? Hey, ein Kopf von der Dani. Die ganzen Katzen, oder? Pss. Miau. Miau, miau, miau. Oh Gott. Die verrückte Katzenlady. Beidezimmer nicht spannen. Ha. Reingeschaut. Einmal kurz. So. Und tappe zu. Ach, wir spülen einfach nicht. Aber Hände waschen, mach mal was. So. Und nach oben. Nee, ja, wirklich hübsch hier. Oh, das finde ich cool. Das mag ich total, mal diese Schrankvariante. Ah, weg aus dem Katzenhaus. Dead End. Warp Westernstadt. Slash. Warp Westernstadt. Das ist der Saloon, oder? Oh Gott. Hier leckt es aber direkt, wenn man in die Nähe kommt. Also. Da ist anscheinend hier unterirdisch eine Hühnerfarm. Aha, ein Duscher. Ein paar Zimmer. Und. Das sieht natürlich auch richtig cool aus hier. Also auch mit dem Saloon. Das ist richtig geil gemacht. Also die Westernstadt an sich ist richtig geil. Also. Habt ihr richtig cool gemacht. Ein Blummsklo. Puh, es stinkt. Ja, dann gehe ich da lieber nicht hin. Ha, ha, ha. Ne, aber der Saloon von Sartas ist richtig geil. Und hier haben wir. Haha. Von der Jessie. Und hier hat die Eki ihre Einkleidekammer. Das ist auch echt geil gemacht. Also da habt ihr schon ordentlich was zusammen aufgebaut. Nicht schlecht. So. Gewächshaus. So, zum Abschied dieser Folge. Die mache ich jetzt aktuell ein bisschen kürzer. Dafür mache ich ja auch ein paar mehr davon. Ähm. Weil ich immer nicht sicher bin, wie viel der Rechner in dem Moment immer aktuell verkrafte. Deswegen mache ich die ja aktuell noch täglich, bis ich sie durch habe. Und danach startet er dann schon das neue Projekt, was ich geplant habe. Eben das Minecraft. Simply horses. Minecraft einfach Pferde. Und auch richtig krass Gemüse hier. Kriege ich hier richtig so einen Grünstich. Kartoffeln. Sind das echt Kartoffeln? Das sieht so rot aus bei mir. Was haben wir hier unten eigentlich? Ähm. Was ist denn das? Sind das Erbsen und... Weizen? Weizen? Okay. Das ist Kakaobohnen. Das weiß ich. Auf jeden Fall werde ich auch nochmal den ein oder anderen Prank natürlich in solchen Folgen bringen. Aber jetzt, wo wir die ganzen Häuser gezeigt haben, habe ich ja sogar ein bisschen Luft dafür. Aber dafür brauche ich ein bisschen Vorlauf. Oh, da ist sogar jemand auf dem Server. Ich bin jetzt hier übrigens mitten in der Nacht, falls ihr euch wundert, warum... Warum hier nur eine Person da ist. Mal kurz denjenigen ein bisschen verwirren. Ach. Sagt bloß, hier wohnt jemand? Wer? Was zum... Was ist... Hier ist ein Priester. Hat das hier... Hat das ein Spieler gebaut? Ja, schon, aber... Was zum... Ähm, okay. Wo führt denn hier diese Bahn hin? Ähm... Und was zum Teufel ist das? Oh mein Gott. Was ist... Denn... Zum Teufel... Was ist... Was ist... Moment... Oh mein Gott. Wo bin ich denn hier gelandet? Da hinten ist ein Pferdekopf. Wo bin ich denn hier gelandet? Krass. Krass. Okay. Das ein oder andere Mysterium hier auf dem Server. Aber... Sehr gut. Sehr gut. Bis der Rechte wieder funktioniert. Also dann. Ciao, ciao. Ist... Opti. Bis zum nächsten Mal.